In der Geschichte des Fußballs gab es schon einige Transfers. Jahr für Jahr, zu Saison zu Saison, steigen die Transferausgaben von manchen Vereinen in die Höhe, um sich für die kommende Saison zu verstärken. Manchmal gibt man sehr viel Geld für einen einzelnen Spieler aus, der sich am Ende gelohnt hat. Die Geschichte aber beweist, dass es auch in eine ganz andere Richtung gehen kann. Man gibt Unmengen Geld für einen vielversprechend geglaubten Spieler aus, der sich am Ende als absoluten Transferflop herausstellte. Auch wenn man nachhinein immer klüger ist, muss man auch ehrlicherweise sagen, dass sowas nie vorherzusehen war und dass einige Transferflops anfangs schon Sinn ergeben haben. Dann gibt es aber auch Transfers, wo man sich bis heute noch fragt, was der eigentliche Sinn hinter dieser Neuverpflichtung war. Transfers, die sich entweder anfühlen, als hätte man diese gewürfelt oder als wäre der Sportdirektor währenddessen auf irgendwas drauf gewesen. Im heutigen Video zeige ich euch die komischsten, unnötigsten und sinnlosesten Transfers aller Zeiten. Nummer 6. Kevin Prince Boateng zum FC Barcelona 2019 Den Sinn hinter der Laie von Kevin Prince Boateng 2019 zum FC Barcelona werde ich niemals verstehen. Der damals 32-jährige Offensiv-Mittelfeldspieler war lange schon aus seinen Zenit, hatte vielleicht davor noch ein gutes Jahr bei Eintracht Frankfurt, aber sonst hätte man niemals gedacht, dass er noch irgendwo bei einem großen Topklub spielen würde. Im Sommer 2018 wechselte Kevin Prince Boateng nach Italien in die Serie A und er schreibt bei Sassuolo einen Drei-Jahres-Vertrag. Nach 13 Einsätzen vier Pflichtspieltore klöpfte plötzlich im Winter der FC Barcelona an und wollten die damals 32 Jägen zu sich verleihen. Barca zahlte für den Ghanaren eine Leihgebühr von 1 Million Euro und setzte ihn dieser eineinhalb Saison nur dreimal ein. Wofür Kevin Prince Boateng überhaupt geholt wurde und warum man für ihn eine Kaufoption von 8 Millionen Euro drin hatte, ist bis heute nicht wirklich klar. Nummer 5. Zhang Shizie zum VfL Voicebook 2015 Ein Transfer, wo ich mich schon als kleiner Voicebook-Fan gefragt habe, warum, ist dieser von Zhang Shizie oder Zizie Zhang zum VfL Voicebook. Mit 24 Jahren wechselte der Mittelfeldspieler von Beijing Go-One 2015 zum VfL Voicebook für eine Ablöse von 1,5 Millionen Euro. Wolfsburg wechselt ihn kein einziges Mal ein und verkauft ihn nach einem halben Jahr wieder nach Beijing für 2 Millionen Euro. Wenn man denkt, dass der Transfer anfangs sportliche Gründe hatte, der liegt falsch. Die Vorstellung von Zizie Zhang beim VfL Voicebook wurde live im chinesischen Staatsfernsehen übertragen und erreichte in der Spitze 44 Millionen Zuschauer. Am Ende gewann Zizie Zhang ohne Einsatz den DFB-Pokal und sein Transfer ist heute nur als riesiger PR-Gag bekannt. Nummer 4. Douglas Costa zum FC Bayern München 2020 Ein Transfer oder wohl eher eine Laie, die mich bei der Bekanntgabe mega überrascht hat, war das Comeback von Douglas Costa zum FC Bayern München. Dieser Transfer kam so überraschend, dass ich den nach kurzer Zeit wieder vergessen habe. Douglas Costa spielte zwischen 2015 bis 2017 schon mal beim FC Bayern und machte in 50 Einsätzen 8 Treffer. 2017 wechselte er dann für 40 Millionen Euro zu Juventus Turin. Er wurde danach vom ehemaligen Bayern-Präsident Uli Hoeneß als ziemlicher Söldner bezeichnet und kam 2020 nochmal random zurück. 2020 bei den Bayern machte er insgesamt 11 Einsätze und machte ein einziges Tor. Danach ging es wieder zurück nach Juve, die ihn direkt nach Gremio, Brasilien und dann auch noch LA Galaxy in die MLS verliehen. Nummer 3. Jack Grealish zu Manchester City 2021 Ich bin ehrlich zu euch, ich finde Grealish gar nicht mal so schlecht und als er noch bei Villa spielte, fand ich ihn absolut underrated meiner Meinung nach und hätte ihn auch bei einem größeren Klub gesehen. Aber der Transfer im Sommer 2021 von Jack Grealish für 117,8 Millionen Euro zu Manchester City habe ich aber wirklich nicht verstanden. Nach dem Abgang von Sergio Aguero zu Barca wollte City einen richtigen Stürmerersatz holen, Nachdem aber Harry Kane in Tottenham festgehalten wurde und aus den Haaland-Transferen nichts wurde, hat man anstatt auf Gabriel Jesus zu setzen, lieber für über 100 Millionen Euro Jack Grealish aus Birmingham geholt, der sich keine ordentlichen Fußballschuhe leisten kann. Spaß beiseite. Am Ende hat man doch Erling Haaland ein Jahr später aus Dortmund geholt und da hätte man sich Grealish schon sparen können. Nummer 2. Kepa Arsida Balaga zum FC Chelsea 2018 Es gibt nahezu keinen verzweifelten Schnell-Schnell-Transfer als der von Kepa Arsida irgendwas, 2018. Nachdem die langjährige Nummer 1, die Baut Cochua, für 35 Millionen Euro zu Real Madrid gewechselt ist, bräuchte der FC Chelsea wieder einen neuen Torhüter. Jedoch stellte sich die Suche als sehr schwierige Herausforderung dar und mehrere Top-Torhüter sagten Chelsea ab. Irgendwann haben sie von einem sehr soliden, jungen spanischen Torhüter bei Atletic Bilbao gehört und wollten ihn haben. Dieser aber hatte eine Freigabesumme von 80 Millionen Euro, die Chelsea aus der Panik heraus einfach zog. Plötzlich wurde Kepa dann zum teuersten Torhüter aller Zeiten und spielt ab nun an in der Premier League. Nach mehreren Reibereien mit Trainer Zari und regelmäßigen Patzer wurde er auf der Bank verbannt und hat ihn nach einer kurzen Zeit durch einen deutlich besseren und fähigen Torhüter ersetzt. Nummer 1. Ali Diaz zum FC Southampton 1996 Der Transfer von Ali Diaz zum FC Southampton 1996 in die Premier League gehört zu einer der mit Abstand, dümmsten, sinnlosesten und gleichzeitig peinlichsten Transfers aller Zeiten. Ali Diaz ist für die, die ihn noch nicht kennen, ein stintnormaler Amateurfußball aus den Senegal, der einmal kurz in Lübeck in der zweiten Fußball-Bundesliga gekickt hat und sonst eigentlich nur im Amateurfußball aktiv war. Eines Tages macht er zusammen mit einem Kollegen einen Telefonstreich und ruften Graham Zunes, den Cheftrainer vom FC Southampton an. Am Telefon gab sich der eine Freude, als der liberianische Nationalspieler und FIFA-Weltfußballer George Wehr aus und empfahl Ali Diaz zu verpflichten. Er behauptete, dass er sein Cousin sei, dass er schon für PSG gespielt hat und 13 Länderspiele für sein Land absolviert hatte. Obwohl nichts davon überhaupt stimmte, hat es der Trainer von Southampton tatsächlich geglaubt und verpflichtete Diaz für nächst einen Monat. Auch wenn die Leistungen von Ali Diaz im Training offensichtlich scheiße waren, hat es Southampton ihn aufgrund der massiven Kaderprobleme im Verein gegen Leeds United auf der Bank gesetzt. Am Ende bekam er sogar in der 32. Spielminute sein Profidebüt und hatte sogar eine gute Torchance. Irgendwann merkte auch der Trainer, wie schlecht Ali Diaz in Wirklichkeit ist und hat ihn nach 53 Spielminuten wieder ausgewechselt. Die Vereinsführung entließ Diaz im Anschluss vorzeitig aus seinem Vertrag und man hat ihn danach nie wieder in der Nähe des Profifußballs gesehen. Ja Leute, was ist eure Meinung nach der unnötigste und sinnlose Transfer aller Zeiten? Kennt ihr noch weitere? Dann schreibt diese gerne in die Kommentare. In der Endcard findet ihr ein Video zu den besten Reserve-Mannschaften zweiter Mannschaften aller Zeiten und daneben eine Top-Liste der besten aktiven Torjäger der Welt. Like und abonniere nicht vergessen, das war's mit dem Video, bis zum nächsten Mal und ciao.